was 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 nachher klingen geilen bonus ich bin auch nicht da hasch bin ja kann man aktivieren eine pelz besetzt rober und es ist meine stachelige qualen schlaff laufen jetzt habe ich wieder mit der land ich muss warten nein ich bin auch nicht bereit ich habe ein torbahn gefunden sehr wohl und deshalb meiner ich glaube es ist derjenige der eingefroren war schon wieder so aufgewacht aber wir müssen uns allein ich habe ja einfach dann stehen und zum hauen noch ein gebiet wo man nicht war ja da ist er konnten ich muss warten ich muss warten das ist wenn eingang mit meinem schild versperrt kommt ja niemand durch ich muss warten ich muss warten ich habe noch nie jemanden so kämpfen gesehen das ist schon voll tolles kolben als könnte es beschützt das aber es hat mit der barriere aber ich bin in der blase stehen sind sie im mond kann nur einmal eine barriere die ziehen wir von lang bis zu schauen ob es aber ein schild nicht mehr ok auf einem platz für den ganzen mist jetzt haben wir dann sternchen ich muss warten wir liegen amulett von der kriegsachs ok auf stampfen versucht ein erdbeben das gegner im verlauf von vier sekunden physischen schaden zu für da will ich mal sehen hast du schon legendärs amulett wenn sie eine barriere haben die stadt habe ich da hat den bisher von der question ja aber das ist eine stärkere da habe ich gerade gefunden und ist auch irgendwie war ja nicht ok also mal gucken ob das das ist irgendwo mit einem erdbeben wo sehen wir dann ist was du hast du denn hat er jetzt wiegele ich ja 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 hier bei mir liegt da nichts da liegt gar nichts immer noch nicht warte und jetzt jetzt liegt er hat ein glücklicher ring aber hat ganz keine legendären sachen sehen dich drop oder was vielleicht ist ein questgegenstand oder so war er nicht ok dann war sie auch nicht ja warte mal ich lege auch mal ein legendärer sind auch wieder sehen kann sie ist aber sehr gut dann sieht man das halt nicht wenn das legendär ist ok wir müssen hat handeln oder was nämlich man das ist etwas komisch das ist etwas komisch ein da du ein na du 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 ich muss ich will daraus die blüste sind mir im weg ich bin auch nicht bereit ich bin auch nicht bereit ich bin auch nicht bereit ich habe Ja, okay, that's man. No, I ich muss warten aber sie war es bei liga rechtiger richter oder länge der ist so voll aufgesammelt habe okay was ist das schon wieder wenn ein wahlsfähigkeit angreifen wird sich schauen nach den nächsten gewählten kernwäsche haben sein prozent ist mal zwar vielleicht schon wieder mein turban ablegen ich bin noch nicht bereit gelegen verstärkt drei stück hier bei mir ich habe ja auch müssen wir da müssen wir haben was suchen ich muss warten da verstehe ich versuche das ding kaputt zum hier 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 Ich bin die Fägel-Teeth. noch einlegen herrigen ich verliere die ganze zeit ich muss warten ich bin noch nicht bereit ich bin noch nicht bereit ich muss warten ich habe ja ich habe ja ich habe ja ich habe ja schon groß ich habe ja das letzte gelege gelege wieso scheinwerfer irgendwie mit folgen scheinwerfer des todes ich habe ja gleich noch so ein bock oder ja knapp ich muss warten ich habe das Ding ausgeschleudert ok also wer für dich hat zuhörter albert wo ist denn der kirke 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 könnte man eventar wieder lernen damit ich es wieder füllen kann und so schließt sich der kreislauf ja ich habe sehr viele schwerer besser als bei null anzufangen jetzt werde ich mit der dungeon wenn wir fertig mit der dungeon ja da war fertig mit damit ich habe auch ganz ein ding bekommen so eine gesunde spektra so siegeln jetzt wir werden jetzt die kredit ist eine dann ein hat wie die händler einfach nur so frustrieren wie ich hier all mein momentan und die verkaufe hart erkauft sind wir von dem bord kostet also fehlt da wird ganz schön lange bis man aufsteigt wird schon ja ja ich bin schon gedacht heute nicht mehr 50 erreichen du kommst sowieso vor mir ja noch heute zum beispiel der wahrsager kann er erst mal müssen wir die abgeben kehrt zur hüter alberg zurück das kann ich hier nicht tun ich habe ganz viele schwerer für dich verkauft die du brauchst die dann hier sind toll nein sind alle bist dann soll ich damit die verkauft die wir sollten die besser als keine sachen da wollen wir nicht das was wir ja nicht ja es ist keine lust hier reden wir mit dem eichen typ mehr ich habe eine tiefen eine eiche die große eiche hat euch eine wurzel gegeben und auch noch so eine gute saubere lebendige ja die zittern aus einem solchen ableger sie wird sich gut zur veredelung eignen und ihn für ein neues zeitalter auffrischen hier obo was haben wir denn hier noch der war sage dass alles da in einer nähe wir sind auf fest und hingehen die war gerade erobert haben zur dora mein charakter aussehe ich habe wie so ein banditenkönig so ein riesigen königsmantel ich werde der könig der banditen der barbanen verdammt da war sogar diese rohlen steine müssen wir suchen wir sind auch immer auf axel immer wir müssen noch immer irgendwas machen irgendwie das leben besteht nur aus sachen die man die ganze zeit machen muss stirbt mein leben ist vorbei du bist ein geist was hat er mir spektral essenz war auch ein quest item bei mir aktiviert die erde mit der blattwurzel in der ganze zeit irgendwie so sachen am boden ich bin noch nicht bereit so ein blauer kreis dann das schaffen wir nicht sagen meinst du dein name sagt ich habe kein name ja dann oder nicht vom buch habe ich nicht erkannt stimme hier ist das gefördert auch so fein hat er sich mitmacht er ist wahrscheinlich zu alt zum schreien mehr ist sicher hat er nicht nur die als stelle gehabt wer dann gucken ja wann denn in welchem im länden ja weil sie nicht deutschen film ja im letzten deutschen film hatte der gabung auf die das ist ja ich habe in der aktuellen serie hat er die der nicht mehr ja ich denke hat so an andrein ball kreis noch was er kann ihn hat eine andere stimme auf jeden fall im deutschen oder der sonne oder kräfte ich gerade ich weiß dass begeht hat eine andere hatte ja also wieder irgendwann eingesammelt ja irgendwo ein quest item am boden ich muss machen also bei gegenständen nachgucken und sei dabei quest gegenständen umschalten ich habe da drei sachen spektrale sens bitter blattwurzel und waldwesel waldwesen irgendwo hier lag was gerade ja bei mir ist da nicht ich muss warten wollen ja auch nicht hier ist immer noch blau bei mir müssen wir überlegen mal zu finden ich bin dann habe ich mir auch einfach so am boden also ich nehme an erinnert die man irgendwann gekillt hat nämlich mal ich habe nicht so gefällt da lag einfach wohnen ich nehme an die haben irgendwie hier sind ja noch andere spieler die haben irgendwie hat gekillt hat lag dann am boden oder so ich habe immer noch einen großen blauen bereich halten da scheint wer zu liegen weg bis gar nicht durch ja ich habe wieder nicht aufheben ich bin noch nicht bereit wieso ich bin den falschen leuten gefolgt da müssen wir unten hier unten ist irgendwo noch der quest habe ich gesehen und karte ein ausgleichen meine ich er ist ein stern ja da war gerade so ein schatz ich muss warten ja dann spieler an den der ring ok richtig wie die zufeuer ja genau denn jetzt nicht ein schreien ist dann weil sie auch nicht mein alter ja verdächtig ok dann nicht weiter runter ich bin noch gerne auf der karte bedeuten legendärer gegenstand ja ja stark das macht ihr draußen ihr scheint euch hier auszukennen ist es wahr sind die druiden nach turdurra zurückgekehrt stellt euch nur all das wissen an einem ort vor die geheimnisse die enthüllt die dinge die entdeckt werden könnten helft ihr oh ich habe euch nicht gesagt was ich brauche oder wer ich bin was ich bin aria gelehrte der druidenforschung zu euren diensten ich bin auf dem weg nach turdurra doch die reise ist alleine zu gefährlich oh shit nein ich brauche es jetzt schon deswegen sind wir zu zweit unterwegs genau deshalb wir sind nicht schwul oder so zesp eigen auch wie und di ja wie können wir und ich bin das nicht hatte fakte uns hier gewesen gehen wir ein letztes mal auf die suche vielleicht haben sie beim wasser etwas übersehen doch jetzt mal zu diesen ein ort wo wir gerade runter gesprungen sind und wo da nichts war da habe ich eingesperrt der versuchte nicht einzufangen ja ich mache diese erdbeben laufen erzählt sicher ich muss warten ja jetzt bis mehr und ich bin nicht mit uns mitgekommen ich muss warten ja ich habe das hier gefunden es ist ein talismann fokus ihr seht ihr das gesicht ein fuchs oder ein wolf das gestalt werden wir irgendwie irgend hier einen halb möchte ich gerne mehr eher einlegen ein bestimmten bär gerne holig und bildung hier gibt es für jeden was spannung und ich muss ich hasse wenig der verdammte schnurre denkt all der honig der welt gehört ihnen das ist doch nur weil du dich selbst mit dem identifizieren lässt sich diesen haben hasen die ganze zeit nein ich brauche etwas von uns über den winter zu schaffen ein alter in honig gehören ja ich muss sie haben ja die gold er von den spielern ich glaube da sind magier mit ihnen zu kommunizieren ich war doch gar nicht statt die ganze hier oben ich rede aber mit der einige glauben der wasserfall sei durch eine explosion von was sie macht entstanden dass er wartet hört ihr das wasser nein gegner nein schlangen nein bäume nein nein nicht sterben aber auch ein grad viel zu viel schaden alter danke für eure hilfe und sie ist ja keine aktuelle ausrüstung ich weiß nicht um mich so viel schaden nehme mich so viel schaden nehme ich teleportiere mich mal nach oben haben wir alles nach tor daldra das ist ein bisschen oben nicht gut hat statt hier in sonne so eine basis irgendwie verwandelt hat das war man das hört totem der reflektion der selbstreflexion irgendwo ein alter ok naja dem bären sollten wir helfen ich bin mit material zurückgekehrt gezeichnet stellt sie bitte hier drüben ab hier sind mörser und stöße vermischt die zutaten während ich sie ruhig halte ich halte nutzer mörser und stöße da unten wir müssen jetzt zurück zum beispiel ein bisschen scheiß bären er ist ein zäpfchen dann pass auf hoffentlich erholt sie sich könnte ich euch zu einem weiteren naja ich habe hunger nein alles für einen guten slack wir die täter ausmachen und für gerechtigkeit sorgen da fährt kanu wie daniel du ja dann hast du jeden auf den blick davon ja ich bin aufbruch bereit hier habe ich der frage gefunden ein bekloppt der name ist eigentlich bär war für den bär da ist ein weiblicher bär der handel die könnte auch bergela ist so nach hinweisen ok ich habe er wurde fachwendig gehäutert was er untersucht im bergsam weiter dass er den bären untersucht bei mengen die quest an weiter kleinen ring ich bin noch nicht bereit ich bin noch weniger truhe ich muss warten bei stiefel beschwurzt bring ich dich um ich muss warten ich bin noch ein bisschen ein gespräch und wo ja die hat sich gerade in deren verwandelt und hier sind jetzt hier so ein blöder wenn gerade startet das leben ich bin der weg von dem passt ja nicht an wenn es geht als ganz schön hoch heute ich bin noch nicht zwei minuten habe ich gar nicht mitgekriegt dass irgendwie die quest glaube ich da gemacht das und ich mit dem unterhalten hat es dann bitte ich auf einmal explodiert ich bitte reden mit jemanden ja ich hab schon mit dem geld steht da nicht rum und stellte mir fragen ich brauche einen trank sonst verblutig auf euren stiefeln einer dieser verdammten bären wir waren auf felsjagd eines dieser verfluchten biste hat ein stück aus dem leib gerissen verdammt seid ihr lasst einen trank übrig ihr habt das getan ihr habt meine freundin verletzt weil ihr ihren pelz wolltet okay die hat sich im werfer wandel das war auch mein gedanke dann das war auch mein gedanke glaube ich tut ein bisschen übertreiben seid ihr wo auf geht es mir gut fühlt ihr euch bären stark das lasse ich nie wieder zu jetzt euch wunderbärchen jetzt bist du auf bleibt ja dann haben wir nur noch der wahrsager dann kann man auch zum auffällig freutelöser hat die restlichen zwei dinger da weil ich in der nähe von tür da war noch einer ist da oben und einer ist da manchmal kommen wir auch ein ich muss warten da habe ich meinen epischen mantel nicht mehr das hat aus wie ein könig so naja das besser mal aufleveln da will ich dann na gut brauche ich nicht wirklich bist du eigentlich so die stimmen von meinem barbarn gehörte meinen videos ich bin noch nicht irgendwie auch nicht hier nicht wenn er jetzt schilds über barbarn seien auch wenn man bar lässt sich auch am drehen hat man hier oben müssen erwachen naturrund stein Oh, der hat seine Uhr angerufen. Oh, der letzte ist... Oh, der Typ ist der oberste Bär. Ich muss warten. Warte mal, es dauert. Na, man geht immer wieder hier. Ich hoffe, da ist nicht in der Dungeon, sondern irgendwo da drin. Ach, ich habe eine Akrobatik. Wir waren in den Saal geklettert. Wenn wir jetzt hier vorkommen wollen, dann müssen wir die Richtung von dem Westen wohl da. Ich muss auch so ein Navi haben. Deswegen guck ich mal auf der Karte, sonst bist du verloren. Hm, deine Dungeon-Mama war schon drin. Ich muss mal... Oh, glück's komplett, schatzkomplett, was er macht, glaube ich. Ja, dieses Gruppi ohne schnell. Hey, was geht? Nein, daneben. Nein. Nein. Ein toter Pottweil. Ja. Was sind wir schon wieder los? Bei haltem recoge sehen. Ich muss warten. pinschare. Es geht weiter. Ich muss warten. Oh Set up in ein wir haben in der hänge getrieben ich habe gesagt gelohnt ich muss warten ich habe da ist jetzt nicht da drin irgendwo ich glaube nämlich dass irgendwer drinnen mal gucken die dann haben wir schon abgeschlossen glaube ich habe da waren haken ich glaube dann vertagen war jetzt wir aber ein bisschen dauern ja wer durchkommen wir haben ja nur schade bei 50 erreicht aber nächstes mal aber nächstes mal dann kriegen wir uns auch immer paragon ist du weißt ja schon was das ist ja verstehen tue ich jetzt nicht hundertprozentig aber interessantes system um noch stärker zu werden